Ab sofort ist diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die Etagenwohnung liegt in Witzenhausen. Die Wohnung wurde 1908 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 44 m² beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 250 Euro. Wohntraumimmobilien steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017